Wo sind die denn? Die wollten doch ihren Schiff herschicken. Ja, die zwei Mann sind abgehauen. Die Jungs wird nicht vertrauenswürdig. Die sind aber jetzt da hinten rübergelaufen. Lass sie laufen. Hört auf eure Herzen auf. Einfach hinschießen. Verpickt euch! Oh ne, der zieht auch nicht. Hier, 12 Uhr. Da, da, da. Links von dir Kleiner, geradeaus. Links von dir, da genau. Wir sind da hinten ganz gut jetzt. Rechts vom Haus. Ich bin leer. Rechts vom Haus. Jetzt rasten sie völlig aus. Jetzt komm ich die Bäume nicht durch. Da, da, da. Ich mach mir einfach nur dauerlich. Jetzt. 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 Ich bin schon mal nicht so weit mit dem John Wolf. Was tun die? Ja, die sind aber gelb. Ja, weiß ich nicht, aber die helfen doch auch nicht. Die müssen alle gelb sein. Feuer! Feuer! Boah! Alter! Der war echt eng! Das war nicht der Erste heute. Warte, hinter dem Auto! Warum brennt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Wasser! Hosen auf! Nee! Alle machen die Hosen auf! Da kommt Wasser drüber, das ist Wasser. Ja. Das ist echt schön. Also ich hab gedacht, das Reifen geht wieder an. Ja.